es sieht nicht so aus da laufen wir einfach mal straight in diese richtung weiter in der hoffnung dass ich mich nicht verlaufen habe aber ich glaube ist eher nicht soweit war es dann jetzt doch nicht entfernt dass ich mich irgendwie verlaufen können sagte er und verlief sich nur die ganzen bäume ist etwas nervig ok da ist der dschungel das heißt wir sind auf jeden fall richtig da können wir doch unbesorgt sein so schnell ans andere ufer bevor es kalt wird und wir erfrieren und sterben ich weiß nicht irgendwie ist heute der wurm drin bei mir ich will aber wieder mal nur geistigen übernatürlichen dünnpfiff soo hierhin und jetzt einmal durch diesen dschungel hindurch die schattenkarte aus wenn über mit der ender dragon fliegen würde ich hatte leicht sorgen gerade das wäre nämlich glaube ich nach hinten los gegangen und zwar nicht für den drachen soo hier lang und auch hier noch ein bisschen soo hier noch ein bisschen aber nicht was uns stören würde oder was wir bräuchten also kein hexenhaus also lerne draus baumeln demnächst ein hexenhaus tadaaa alles da da kamen wir her das sieht stark nach unserer gegend aus soo bin ich gefallen uhlalalalalala ich will sogar noch was erzählen soll jetzt ich hab überhaupt kein thema gerade das ist momentan so da unten äh im ost im südosten ist gerade Krieg tadaaa was gibt es noch so games kommen uns vorbei aber das habe ich auch schon in einem anderen let's play gelabert äh was gibt es noch so Special steht bald an ähm noch etwas weltbewegendes die ice bucket challenge ist momentan am laufen für ars kranke ja gut ne ähm ich bin meist jetzt noch nicht nominiert worden dazu sollte ich nominiert werden denke ich würde ich es auch tun äh ja bis jetzt aber dann doch noch nicht so ne na 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 Wo bin ich jetzt hier? Boah, wie schnell es dunkel wurde gerade. Wow. Ich glaube, das ist einer der tausend Orte, wo mein Krieg auch gegangen ist. Also auf Deutsch, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Hilfe. Hilfe. Eisgegend. Warten wir mal, Wüstengegend, Eisgegend. Wo zum Kuckuck bin ich hier? Ich habe zwar eine Eisgegend in der Gegend, aber die hängt ja gar nicht so mit der Wüste zusammen. Ähm, wo? Hallo. Wuhu. Gibt es hier irgendwie sowas wie Touristeninformationen? Oder was in der Gegend, in der Nähe meine ich. In der, in der, nicht in der Gegend, nicht in der Nähe, sondern in der Richtung meinte ich. Wo bin ich hier? Wie denn in irgendeiner Wüste? Dämliche Zombies. Das sieht dann auch unsere Gegend aus da hinten. Autsch. Dieser Berg kommt mir noch sehr verdächtig vor. Verdächtig bekannt. Das ist ein Thlenderman. Das ist ein Thlenderman. Der nichts außer Thlendern kann. Und Zombies. Eine Menge Zombies. Wuhu. Ja. Da ist, da, da ist das Dorf. Jopp, jopp. Genau hier. Bis will. Wuhu. 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 Hilfe. Wuhu. Hilfe. Wenn jetzt das Brot ausgeht, dann bin ich am Anus. Anus. So. Schnell nachgetankt und weiter rennen. Einfach nur rennen, nicht zurückgucken. Einfach nur rennen. Wird alles gut. Genau so wie die Zombie Apokalypse ausbricht, einfach rennen, denken es würde alles gut werden und irgendwann würde sich alles in besseren wenden, einfach rennen. Ganz ehrlich, ich glaube, wenn die Zombie Apokalypse ausbrechen würde und ich würde merken, dass es unaufhaltbar ist, glaube ich, über das Selbstgesicht schießen. Einfach aus dem einfachen Grund, da ich keinen Bock habe, diesen qualvollen Prozess zu einem Zombie mitzumachen, weil das kann ja wirklich jederzeit passieren. Und hätte ich absolut keinen Bock drauf, ich würde mich einfach selbst erschießen, das wäre es gewesen dann. Ja, Traum zu sein. Ich bin wieder hier, in meinem Revier, war nie wirklich weg und sehe aus wie Dreck. Nein, nein, nein. Einholz im Brett. Dann suche ich gerade... Dicks. Holztreppen, Holzstufen... Ah, guck mal, da haben wir auch noch was. Jetzt müsste ich noch mal kurz eintauschen gegen das. Das war es dann aber auch schon. Ich glaube, die mögen mich nicht so. Ich wäre ja vom Dach runtergefallen. You are a fallen... Aua. You are a fallen zombie? Aua. You are... You are... You are... You are... You are... You are a fallen zombie? Was? Ich... Ich... Also... Ich bin nicht vor... Du weißt, du... Ich... 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 ... Ich... Gute Nacht Muss ich schon aufstehen? Ja, raus Okay So Dann geht es mal direkt auf hinter so Weizenfelde Was machst du eigentlich denn? Über dieses behinderten Hühnchen, ey Es tut mir leid, ich wollte nicht behindert sagen Ich wollte schwerst behindert sagen So Hat nicht mal gereicht, aber ich da drüben einen Fehler gemacht habe Okay Und jetzt geht es zum Wege basteln So natürlich nicht So Auch dieser geht weg 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 Und hier gehen die Wege dann logischerweise weiter Aber es war genug, kann ich ruhig erstmal hier ausfüllen Warum nicht Warum nicht Aber So Wuuuuhu Wuuuuh So So, das ausgefüllt Dann das jetzt hier und hier noch und da noch Sechse und da hat es gerade kurz gelackt super damals hier auch und hier sind auch Wege mittlerweile verfügbar die ich dann später noch ausbauen muss und super so wollte ich das sehen auf jeden fall das ist das Ziel gewesen jetzt werde ich natürlich als nächstes noch Holz fällen müssen das wird ganz wichtig sein aber das machen wir erst einmal in einer kleinen Aufnahmepause denn ich muss ja die Folgen noch hochladen und ihr wollt ja nicht dass die von Zug bekommen die verschieben sich momentan eh immer schon so ein Stückchen da hinten so hier hinten die Bäume okay bis später tschüss jetzt 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 jetzt